Der in einem Klassendiagramm festgehaltene Sachverhalt dient einerseits zur Kommunikation in den Softwareentwicklerteams. Andererseits soll dieser aber gleich automatisch, das heißt ohne manuelle Eingriffe, übergeführt werden in die Klassendefinitionen der Programmiersprache, in der er entwickelt wird. In diesem Abschnitt nehmen wir an diese Zielsprache seit Java und wir zeigen, wie Konzepte des UML-Klassendiagramms nach Java transformiert werden. An dem nun folgenden Beispiel wollen wir Ihnen demonstrieren, wie man Konzepte aus der UML in Konzepte einer Programmiersprache anhand von Java übersetzen kann. In der Praxis werden Sie diese Übersetzung nur selten vornehmen. Denn wenn Sie ein UML-Tool verwenden, so bietet dieses UML-Tool mit höchster Wahrscheinlichkeit auch eine Übersetzung in die populärsten Programmiersprachen an und Sie müssen sich nicht darum kümmern. Das heißt, die Transformation ist zwar nicht Teil des UML-Standards, wird aber von vielen UML-Tools unterstützt. Wir wollen nun das UML-Klassendiagramm auf der linken Seite in einen äquivalenten Java-Code auf der rechten Seite übersetzen. Dabei werden wir inkrementell vorgehen. Das heißt, wir übersetzen Klasse für Klasse. Die jeweilige Klasse, die wir übersetzen wollen, erscheint in Rot und auch alle damit verbundenen Konzepte, die wir bei dieser Klassenübersetzung zu berücksichtigen haben, erscheinen in Rot. Wir starten mit einer sehr einfachen Klasse. Das ist die Klasse für die Lehrveranstaltungen, also die Klasse Course. In UML gibt es eben diese Klasse Course und daher gibt es auch in Java eine äquivalente Klasse. Wir starten mit dem Schlüsselwort Class, gefolgt von dem Klassennamen Cores und in geschwungenen Klammern werden alle Attribute und Methoden, sofern es welche gibt, angeführt. Die Klasse Course hat in UML genau ein Attribut und dieses Attribut sehen wir auch in Java. Das heißt, wir haben ein Public-Attribut, daher ist auch in Java das Attribut Public. Der Name des Attributs ist Course Number und der Typ ist Integer. In Java wird das in umgekehrter Reihenfolge angegeben. Die Klasse Course hat selbst keine Operationen, daher führen wir diese nicht an. Die Klasse Course hat eine Beziehung. Beziehungen werden grundsätzlich ebenfalls in Attribute aufgelöst. Jedoch ist diese Beziehung von Course aus nicht zur Course Execution navigierbar und wenn etwas nicht navigierbar ist, wird auch kein Attribut erzeugt. Daher sind wir mit der Übersetzung der Klasse Course jetzt schon fertig. Als zweites wollen wir uns die Klasse mit allen Personen innerhalb einer Universität ansehen. Diese ist die Klasse Unimember. Unimember ist eine abstrakte Klasse in UML und daher muss es auch eine abstrakte Klasse im Java-Code sein. Daher stellen wir vor das Schlüsselwort Class auch noch das Schlüsselwort Abstract und definieren daher die abstrakte Klasse Unimember. Unimember hat drei Attribute. Diese sind alle Public und wir übersetzen auch wieder die Attributnamen und die Datentypen äquivalent im Java-Code. Die Klasse selbst hat keine Beziehungen, keine Operationen und erbt von niemandem. Daher sind wir auch in diesem Fall wieder mit der Übersetzung fertig. Bevor wir zur nächsten Klasse weitergehen, wollen wir uns die beiden explizit im Klassendiagramm angegebenen Aufzählungstypen, nämlich e-Roll und e-Semester ansehen. Ein Aufzählungstyp ist ein Datentyp, der eingeleitet wird durch das Schlüsselwort Enumeration in UML. Genauso ist es in Java. Wir führen das Schlüsselwort Enumeration an und dann den Namen des Aufzählungstyps. In UML sind alle Werte des Aufzählungstyps untereinander angeführt. Diese führen wir auch in Java getrennt durch Beistriche voneinander an. Das gleiche machen wir auch für e-Semester. Die nächste Klasse, die wir uns ansehen, ist die Klasse Student. Student erbt aufgrund dieser Generalisierungsbeziehung von der abstrakten Klasse Unimember. Daher definieren wir hier in Java eine Klasse Student und setzen danach das Schlüsselwort Extents und führen die Superklasse Unimember an. Danach erfolgt wieder die Definition der Klasse, die Attribute und die Operationen. Wir haben im UML-Diagramm der Klasse Student genau ein Attribut. Dieses ist Public, heißt Matrikelnummer. Wir haben hier die Matrikelnummer und den Datentyp Integer. Jetzt haben wir aber in Java, wie wir hier sehen, zwei Attribute. In UML gibt es aber nur ein Attribut. Das liegt daran, dass navigierbare Beziehungen in UML in Java zu Attributen werden. Das heißt, ich habe hier eine navigierbare Beziehung vom Student zu Course Execution, navigierbar aufgrund dieses Pfeils. Und daher habe ich auf jeden Fall ein Attribut in der Java-Klasse, deren Datentyp einmal Course Execution ist. Genauer gesagt ist es mehr als das, nämlich die Multiplizität hier ist Stern, also Unlimited. Dementsprechend muss ich auch einen Datentyp haben, der mir die mehrfache Aufnahme von Course Executions erlaubt. Wir verwenden also hier ein Array von Course Executions. Die Beziehung ist navigierbar und Public, daher ist auch hier die Sichtbarkeit Public. Der Rollenname von Course Executions in dieser Beziehung ist Completed Courses und dieser Rollenname Completed Courses wird zum Namen dieses entstehenden Attributs in Java. Wir kommen zur Klasse Employee. Employee erbt über diese Generalisierungsbeziehung wieder von Unimember. Daher haben wir in Java wieder die Klassendefinition mit Class Employee Extends Unimember. Wir haben hier beim Attribut erstmals ein Minus. Daher handelt es sich um ein Private Attribut. Das Attribut heißt Account Number von Typ Integer und diese werden wieder in umgekehrter Reihenfolge hier angegeben. Hier haben wir das erste Mal eine Operation, genauer gesagt ein Getter angeführt. Dieser Getter ist natürlich Public, nachher in Java auch Public. Danach haben wir den Rückgabewert, das ist der Integer. Dann führen wir den Namen der Operation an. Das ist Get Account Number. Diese hat keine Parameter in OML, daher auch keine Parameter in Java. Weil es ein Getter ist, wissen wir, dass wir eine Account Number zurückgeben werden. Dementsprechend können wir auch hier in der Methode Return Account Number anführen. Zum Abschluss kommen wir zur Klasse Course Execution. Natürlich gibt es hier wieder die Klassendefinition Class Course Execution in Java. Auch die Übersetzung des ersten Attributes, das Public Year Integer ist mit Public Integer Year trivial. Das zweite Attribut hat den Typ E-Semester, was ein Aufzählungstyp ist. Aber ein Aufzählungstyp ist letztendlich auch ein Datentyp und wir behandeln ihn wie jeden anderen Datentyp auch, indem wir nach dem Public, hier Public, den Datentyp E-Semester angeben und dann den Namen des Attributs Semester. Course Execution hat drei navigierbare Beziehungen, die jeweils zu Attributen werden. Die erste Beziehung von Course Execution, die wir uns ansehen wollen, ist die zu Student. Weil wir zu Student navigieren können, haben wir im Java Code auch ein Attribut vom Typ eines Students. Weil die Multiplizität Stern Unlimited ist, müssen wir mehrere Students aufnehmen. Dementsprechend haben wir hier ein Student Array. Die Navigierbarkeit ist als Public gesetzt. Dementsprechend haben wir hier auch die Sichtbarkeit Public. Die Studenten spielen in dieser Beziehung die Rolle der Participants. Dementsprechend ist in Java der Name des Attributs auf Participants gesetzt. Als zweite Beziehung haben wir die Beziehung von Course Execution nach Course. Dementsprechend haben wir auch hier ein Attribut vom Typ Course definiert. Dieses ist wieder Public. Die Multiplizität ist 1. Daher müssen wir nur einen Course referenzieren. Daher ist der Datentyp nur Course. Wir brauchen keine Array also. Wir haben hier aber keinen Rollennamen angegeben. Dementsprechend wissen wir nicht genau, wie wir das Attribut in Java benennen sollen. Wir müssen eine Default-Regel einführen für den Fall, dass kein Rollenname angegeben ist. Ich habe als Regel hier eingeführt. Wir nehmen einfach The plus den Namen dieser Klasse, also The Course. Dementsprechend entsteht aus dieser navigierbaren Beziehung Public Course, The Course. Die dritte navigierbare Beziehung ist jene von Course Execution zu Employee. Hier tritt eine Besonderheit auf, nämlich an dieser Beziehung ist eine Assoziationsklasse angebracht. Wenn wir eine Assoziationsklasse im UML-Diagramm haben, so können wir das in Java durch ein Hashtable abbilden. Genau das haben wir gemacht, nämlich in der Klasse Course Execution wird auch ein Hashtable aufgenommen. Ein Hashtable hat eine Struktur, wo es immer einen Schlüssel und einen Wert dazu gibt. Der Schlüssel dieses Hashtables ist die Klasse, zu der ich von Course Execution hier navigieren kann, nämlich der Employee. Der Wert des Hashtables ist diese Klasse, die angehängt wird oder wenn sie eben nur ein Attribut hat, ist der Value dieses Hashtables gleich dem Datentyp dieses einzelnen Attributs, nämlich E-Role in diesem Fall. Die Frage ist, was ist die Sichtbarkeit des entstehenden Attributs? Hier haben wir nämlich keine Sichtbarkeit angegeben. Wäre hier eine Sichtbarkeit angegeben, würden wir die übernehmen. In diesem Fall entscheiden wir uns dafür, dass wir die Sichtbarkeit des Attributs der Assoziationsklasse verwenden und setzen den Hashtable auf Public zugreifbar. Der Name des Hashtables entspricht dem Rollennamen, der ist wieder nicht angegeben. Daher verwenden wir den Namen der Assoziationsklasse Support. Daher haben wir als Attributnamen hier in Java Support. Damit haben wir das Beispiel des UML-Klassendiagramms nach Java vollständig übersetzt. Wir haben hier nicht unbedingt ein sinnvolles UML-Diagramm entworfen. Wir haben nur alle Konzepte, die wir für die Übersetzung benötigen, in diesem UML-Diagramm verwendet. Wir fassen die Übersetzung nach Java noch einmal kurz zusammen. Aus den UML-Klassen werden Java-Klassen. Aus den UML-Attributen werden Instanzvariablen. Aus den Operationen in UML werden in Java Methoden. Klassenvariablen und Operationen, die in UML unterstrichen sind, werden mit Hilfe von Static in Java ausgedrückt. Für Assoziationen gilt folgendes. Wir nehmen ein Attribut für eine Assoziation nur dann auf, wenn die Navigierbarkeit zur gegenüberliegenden Klasse gegeben ist. Ist die Multiplizität auf dieser gegenüberliegenden Seite, wo die Pfeilspitze ist, eine 1, so genügt eine einfache Variable. Ist die Multiplizität 2 oder größer, so müssen wir einen entsprechenden Datentyp verwenden, wie beispielsweise Arrays oder ArrayLists. Die Einfachvererbung in UML kann ich durch Extents in Java abbilden. Assoziationsklassen, sollten Sie diese auf eine Unique-Beziehung beziehen, kann ich durch Hashtables abbilden. Das sind also die wichtigsten Regeln für die Überführung von Klassendiagrammen in Code. Doch auch die umgekehrte Richtung, das heißt vom Code ins Klassendiagramm, ist interessant. Das wollen wir uns im nächsten Abschnitt ansehen.